Sie preschen halt gern mal nach vorn. Die jungen, digitalaffinen Wilden von CDU und CSU. Gesundheitsminister Jens Spahn, Staatsministerin Dorothee Bär und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Allesamt auf den einschlägigen Plattformen immer auf Sendung. Allesamt unermüdliche Vermarkter ihrer selbst. Jens Spahn versucht es noch am ehesten mit Politik. Er kennt zumindest die dringendsten Baustellen seines Ressorts. Pflegenotstand, bessere Ärzteversorgung auf dem Land, die Schließung der Organspende-Lücke. Mit seinem jüngsten Versprechen aber, in 20 Jahren den Krebs besiegen zu wollen, hat sich der Gesundheitsminister gründlich blamiert. Unter der Rettung der Menschheit geht es anscheinend nicht. So untergräbt man nachhaltig seine Autorität als Fachminister. Die Digitalisierungsbeauftragte Dorothee Bär erlebte ihr kommunikatives Waterloo gleich zu Amtsbeginn. Breitbandversorgung auch auf dem Land, mehr Risikokapital für die Digitalwirtschaft, schärfere Auflagen für die Datenkraken, Google, Amazon und Facebook. Alles zu naheliegend, alles zu greifbar. Stattdessen schwärmte das Instagram-Sternchen mit über 20.000 Followern für den baldigen Umstieg vom Auto ins Flugtaxi. Jeder blamiert sich, so gut er kann. So alberne Vorstöße unterlaufen der Seniorin unter den Hoffnungsträgern der Union nicht mehr. Julia Klöckner ist dagegen eine Meisterin darin, in ihrer Rolle als Landwirtschaftsministerin knallharte Lobbypolitik mit Wohlfühlvokabeln zu umgrenzen. Das Spannendste an Klöckners Tierwohl-Siegel sind die 70 Millionen Werbeetat, die sie dafür springen lässt. Ein Schelm, wer dabei an Eigennutz denkt. Dabei ist das Siegel nicht mehr als ein Etikettenschwingel. Die Kastrierung männlicher Ferkel ohne Betäubung bleibt einsweilen erlaubt. Und bessere Lebensbedingungen gibt es für die erbarmungswürdigen Kreaturen in der fleischerzeugenden Industrie nur in dem Maße, in dem die Verbraucher darauf Wert legen und nicht die Ministerin. Weiter klaften verbaler Anspruch und realer Gestaltungsanspruch selten auseinander. Mein Ratschlag an das Dreigestirn des Berliner Karnevals. Mit Kommunikations- und Showtalent kann man es in der Politik weit bringen. Das nötige Machtbewusstsein bringen Sie bekanntlich ebenfalls mit. Wenn Sie diesem Land aber einen Dienst erweisen wollen, müssen Sie irgendwann auch mal damit beginnen, ernsthaft Politik zu machen. Das nötige Machtbewusstsein Vielen Dank.